Dieses zu erwerbende Einfamilienhaus liegt in Düsseldorf. 1968 wurde dieses Objekt erbaut. Das Haus verfügt über einen Keller. Es hat acht Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 750 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 250 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 469.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF, 2020